Dies ist die dreiteilige Vielzwecksprossenleiter von Krause. Die Leiter erfüllt vier Funktionen. Sie können sie als Anlege, Schiebe, Doppelstehleiter oder Doppelstehleiter mit Auszug nutzen. Die praktischen Einrasthaken verhindern ein mögliches Auseinandergleiten und sorgen so für einen sicheren Transport. In Bockstellung verhindern Gurtbänder und die zwei Zug- und Drucksicherungen das versehentliche Zusammenklappen der Leiterteile. Durch die holmübergreifend ausgebildeten Führungsbeschläge mit integrierten Gleitteilen lässt sich die Leiter ganz einfach ausziehen. In der längsten Variante mit 10,25 Meter kann die Vielzweckleiter einfach hochgerollt werden, um auch in großen Höhen zu arbeiten. Die Standstabilität ist durch die Quertraverse mit rutschfesten Fußstopfen gegeben. Auch als Doppelstehleiter eignet sich die Vielzweckleiter optimal. Sie ist schnell in die gewünschte Leiterstellung umgebaut. Die Aluminiumsprossenleiter von Krause ist vielseitig, sicher und stabil. Sie ist GS und TÜV geprüft und wird mit fünf Jahren Garantie angeboten. Die Aluminiumsprossenleiter von Krause ist vielseitig, sicher und stabil. Sie ist vielseitig, sicher und stabil. Sie ist vielseitig, sicher und stabil. Sie ist vielseitig. Die Aluminiumsprossenleiter von Krause ist vielseitig, sicher und stabil. Sie ist vielseitig, sicher und stabil. Sie ist vielseitig.